Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Lightroom Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um einen super coolen Trick in Lightroom, wie man solche ausgebrannten Himmel hier noch retten kann. Viel Spaß damit! Bevor wir mit diesem Video starten, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass du, wenn du dich in meinen Newsletter anmeldest, immer kostenlose RAW-Dateien ab und zu mal mit dazu bekommst, zum Mitmachen, zum Üben und das ist eine sehr, sehr coole Variante, um hier wirklich deinen Lernerfolg zu maximieren. Außerdem gibt es, wenn du dich in den Newsletter anmeldest, auch noch einen kostenlosen Auszug aus meinem neuen Videotraining Cityscape Masterclass gedreht in Dubai. Da geht es um die Fotografie von Cityscapes, um die Bildbearbeitung von Cityscapes, also schau da auf jeden Fall mal rein und wenn dir das Ganze gefällt, dann kannst du das Ganze in meinem Online-Store ordern. So, genug erzählt, jetzt geht es los hier mit diesem Tutorial. Es geht darum, diesen Himmel, der doch sehr, sehr hell ist, hier in Lightroom noch zu retten. Und ja, man kann natürlich jetzt, der erste Gedanke, einfach mal die Lichter herunterziehen. Aber du siehst, dass das gar nicht so viel bringt. Natürlich kriegen wir hier ein bisschen Struktur in den Himmel wieder rein, aber so richtig, ja, so richtig kommen wir nicht voran. Genauso, wenn ich jetzt hier die Weißwerte runterregle. Ja, so ein bisschen Struktur kriegen wir rein, aber es ist irgendwie nicht so ganz das, was ich eigentlich möchte. Ich nutze in solchen Fällen ganz gerne hier den Verlaufsfilter. Den klicke ich jetzt hier einfach mal an und ich werde jetzt hier einfach mal einen Verlauf ziehen von oben nach unten und dabei die Shift-Taste gedrückt halten, denn dann wird der Verlauf nämlich komplett gerade. Und ich werde jetzt hier diesen Verlauf einfach mal so hier runterziehen, dass wir wirklich auf der Horizontlinie hier die Mitte haben. Und was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt nicht hier mit den Lichtern arbeiten, denn dann kriegen wir genau dasselbe Ergebnis wie gerade eben, sondern ich werde jetzt hier einfach mal mit der Belichtung arbeiten und die jetzt einfach mal hier ein Stück weiter nach unten ziehen. Ungefähr so, ja, minus anderthalb Blenden gefällt mir so schon ganz gut. Wir kriegen hier wesentlich mehr Struktur rein, wir kriegen wesentlich mehr Farbe in den Himmel und das ist eigentlich genau das, was ich möchte. Das sieht wesentlich realistischer aus, denn wenn man mal überlegt, wenn man jetzt mehrere Belichtungen macht, dann ändert man ja auch nur die Belichtung und nicht einfach nur die hellen Werte im Bild, sondern man ändert wirklich die gesamte Belichtung und dadurch kommen auch wesentlich bessere Ergebnisse zustande. Und genauso kann man das hier in dieser einen Aufnahme machen. Man ändert hier einfach die Belichtung und nicht nur die Lichter. Wenn ich jetzt hier die Lichter weiter runternehmen würde, dann sieht das Ganze schon wieder relativ unrealistisch aus. Deswegen nutze ich die hier wirklich nur ein ganz bisschen, so auf ungefähr minus 15 kann man die setzen. Dann haben wir hier aber einen richtig schönen Himmel, genauso wie ich es haben wollte. Jetzt haben wir nur ein Problem, dass hier nämlich dieser Fels, der hier noch so ein bisschen in den Himmel reinragt, dass der natürlich auch mit abgedunkelt wird. Gut, wir haben jetzt hier aber natürlich die Möglichkeit, dass wir unsere Tiefen wieder etwas auffällen, denn der Himmel ist ja komplett hell, das heißt, der wird von diesen Tiefen hier gar nicht beeinflusst und alles andere wollen wir heller haben und von daher werde ich jetzt einfach mal die Tiefen nach oben ziehen und dann siehst du auch schon, dass der Fels jetzt auf einmal wieder heller wird. Und jetzt haben wir im Endeffekt wirklich nur den Himmel abgedunkelt. Wenn ich jetzt hier mal den Vorher-Nachher-Vergleich ziehe, so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Himmel gerettet und alles andere wurde von dem Ganzen hier nicht beeinflusst. Und das ist ein richtig cooler Trick meiner Meinung nach, wie man schnell einen Himmel retten kann in Lightroom und zwar nicht mit den Lichtern, sondern mit der Belichtung. Also ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast dazu, kommentiere gerne unter dem Video. Wenn du Anregungen hast für neue Videos, ebenfalls unten in die Kommentare. Teile das Video mit deinen Freunden, die es auch sehen sollten, deiner Meinung nach. Und ja, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und drücke auch auf die Glocke, denn dann kriegst du immer direkt eine Push-Benachrichtigung, wenn es ein neues Video von mir gibt. Dann verpasst du auf keinen Fall mehr was. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao. Bis dahin, viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren.